Hallo Habutsa Ihre Leitung ist so mega warm gedacht Hallo Herr Wurzer, hallo Herr Wurzer Trala hin, trala her und es meldet sich nie mehr Hallo Herr Wurzer, hallo Herr Wurzer Ich höre nicht zum anderen Rohr Hallo, hallo, hier ist Bambi, tell me what is los Mein Telefon hat einen Spinner, was mach ich da nur bloß Die Leitung ist total gestört und auch der Satellit Das Netz ist überlastet, so ein Shit Hallo Herr Wurzer, hallo Herr Wurzer In Ihrer Leitung ist so kurzer Hallo Herr Wurzer, hallo Herr Wurzer In Ihrer Leitung ist so mega warm gedacht Hallo Herr Wurzer, hallo Herr Wurzer Trala hin, trala her und es meldet sich nie mehr Hallo Herr Wurzer, hallo Herr Wurzer Ich höre nicht zum anderen Rohr Mein Handy ist ein tolles Ding, da kann man vieles machen Vibra call and touch me screen und noch viele Sachen Beim Klingeln, da kann ich es spüren Mein Handy tut vibrieren, doch leider ruft mich keiner an Darum kann ich es nicht probieren Hallo Herr Wurzer, hallo Herr Wurzer In Ihrer Leitung ist so kurzer Hallo Herr Wurzer, hallo Herr Wurzer In Ihrer Leitung ist so mega warm gedacht Hallo Herr Wurzer, hallo Herr Wurzer Trala hin, trala her und es meldet sich nie mehr Hallo Herr Wurzer, hallo Herr Wurzer Ich höre nicht zum anderen Rohr Hallo, hallo Herr Wurzer 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 Hallo, Herr Wurzer, Hallo, Herr Wurzer Tala, hin, tala, her, das meines ist nie mehr Hallo, Herr Wurzer, Hallo, Herr Wurzer Ich höre nichts vom andern Rohr Hallo, Herr Wurzer, Hallo, Herr Wurzer Ich höre nichts vom andern Rohr Hallo, Hallo, Herr Wurzer, Hallo, Hallo, Herr Wurzer Hallo, Hallo, Herr Wurzer